Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von OldtimerBlondie. Ich habe heute wieder was ganz besonderes mitgebracht und zwar möchte ich die Yama bzw. CZ175 mit der MZES150 vergleichen. Sowohl optisch als auch technisch möchte ich da die Unterschiede euch deutlich machen und ich mache natürlich zum Schluss auch wieder mit beiden eine Probe fort. Wenn euch das interessiert dann bleibt dran denn wir machen jetzt los. Ich möchte für euch heute ein ganz tolles Video machen und zwar möchte ich die beiden Modelle miteinander vergleichen die quasi damals nur DDR Konkurrenten zueinander waren. Und zwar habe ich hier einmal für euch die CZ bzw. die Yama 175 die aus dem Baujahr 1962 hier vor mir stammt und damals in Tschechien produziert wurde. Diese Modelle wurden dann auch in der DDR importiert und halt auch in den DDR-Zeiten geformt. Das genaue Video bzw. das genaue Vorstellungsvideo dazu habe ich bereits schon mal gemacht. Da würde ich euch hier oben in die Ecke einen Link reinsetzen, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und dieses Modell möchte ich dann mit dem Konkurrenten vergleichen, der damals in der DDR gebaut wurde und zwar der ES 150 von MZ. Und dieses Modell, so wie es jetzt hier vor mir steht, stammt aus dem Baujahr 1966. Und die ES 150 habe ich bereits schon mal in einem vorhergehenden Video vorgestellt. Den Link dazu setze ich euch hier oben in die Ecke. Da könnt ihr gern auch noch mal reinlegen, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und jetzt fast 60 Jahre später möchte ich euch mal die Vergleiche der beiden Modelle aufzeigen. Die Optik war damals natürlich ein sehr entscheidendes Kaufkriterium und zwar haben wir hier einmal bei der CZ bzw. Yama eine komplett einheitliche Farbgebung, dass fast alles in rot gehalten ist, außer dass wir hier bei der Sitzbank noch einen schwarzen Streifen haben und der Tank hier auch noch mal so Chromfarben abgesetzt ist. Außerdem bei diesem Modell ist diese sehr runde Form, die sich sowohl von vorn über die Lampenmaske bis hin zum hinteren Schutzblech durchzieht. Im Vergleich dazu die MZ. Erstmal auf die Form eingehend haben wir hier, finde ich, mehr Ecken und Kanten, also eine relativ markante Lampenmaske. Und finde ich auch von der Farbgebung her ist es hier auch alles etwas markanter und ein bisschen voneinander unterschiedlich. Und mir gefällt es halt hier auch gut, dass wir hier eine zweifarbige Lackierung haben und bei diesem Modell, dass hier auch die Sitzbank so schön farblich akzentuiert ist. Die MZ hat gegenüber der CZ auch den Vorteil, dass MZ damals den Auspuff hier auf der rechten Seite verbaut hat. Bei CZ ist es auf der linken Seite. Bei der CZ hat es natürlich dann den Nachteil, dass man gerade beim Aufbocken bzw. beim Ankicken, man immer die Gefahr läuft, dass man sich eventuell beim Auspuff verbrennen könnte. Außerdem war bei MZ auch bereits ein Blinker und ein Spiegel am Lenker verbaut oder vorgesehen, was beim CZ bzw. bei den Jahrmodellen gar nicht vorgesehen ist. Diese Modelle haben auch relativ kleine 16-Zoll-Räder, vorn und hinten. Bei MZ haben wir ziemlich große 18-Zoll-Räder, sowohl vorn als auch hinten verbaut. Die MZ hat gegenüber der CZ den Nachteil, dass wir hier ein Vollschwing-Fahrwerk verbaut haben mit den außenliegenden Stoßdämpfern. Die Java bzw. CZ hat bereits vorne eine schöne Telegabel verbaut. Wiederum hat sich dann MZ den kleinen Vorteil verschafft, dass man beim Sozius-Betrieb hier hinten einen verstellbaren Stoßdämpfer hat, den man halt etwas herber bzw. weicher einstellen kann. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Modellen ist die Befestigung des Scheinwerfers. Und zwar haben wir hier einmal bei dem tschechischen Modell den Scheinwerfer, der beweglich ist und somit uns gerade bei dunklen Lichtverhältnissen die Kurve gut ausleuchten kann. Wiederum bei MZ haben wir einen rahmenfesten Scheinwerfer, der egal wie man den Lenker auch einschlägt, immer fest zum Rahmen bleibt und halt stur in eine Richtung quasi uns die Strecke ausleuchtet. Somit ist vom Vorkopf vorher, finde ich, relativ im Gleichstand, weil jeder so seine Vor- und Nachteile hat und ich finde, keines der beiden Modelle sticht das sonderlich hervor. Der derzeitige Kaufpreis unterscheidet die beiden Modelle auch fast gar nicht. Beide Modelle liegen ungefähr im Bereich zwischen 1000 bis 1500 Euro, je nach Zustand. Und auch von der Verfügbarkeit der beiden Modelle sind die fast gleich. Ich persönlich habe das Empfinden, dass man eine ES150 vom MZ noch eher zu kaufen bekommt als so eine CZ bzw. Java 175. Im Tankvolumen sind die beiden Modelle sich auch sehr ähnlich. Wir haben hier einmal bei der CZ bzw. Java 175 ein Tankvolumen von ungefähr 13 Litern und bei der MZ ein Tankvolumen von 12 Litern. Im Verbrauch unterscheiden sich die beiden Modelle auch fast nicht. Beide verbrauchen je nach Vorverhalten ungefähr 3 Litern auf 100 Kilometer. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Informationen zu den Motoren der beiden Maschinen geben. Wir haben bei allen beiden Modellen einen Einzeluntermotor verbaut, aber kommen wir zunächst erstmal auf die CZ zu sprechen. Wir haben hier bei diesem Einzeluntermotor einen Hubraum von 172 cm³ mit einer Leistung von 9 PS und mit diesem Motor schaffen wir eine Spitzengeschwindigkeit von ungefähr 90 km pro Stunde. Wir haben hier eine Bohrung von 58 mm und einen Hub von 65 mm. Somit haben wir hier einen Langhuber, der gerade im unteren Drehzahlbereich ein sehr großes Drehmoment aufweist. Bei der CZ haben wir ein Vierganggetriebe verbaut und das Besondere bei dieser Schaltung ist, dass sich der erste Gang oben befindet und der zweite, dritte und vierte Gang jeweils immer nach unten hinweg. Ebenfalls bei dem CZ-Modell besonders ist, dass der Schalthebel durch Reindrücken und Hochziehen auch direkt als Kickstarter fungiert. Der CZ-Modell hat ein relativ geringes Verdichtungsverhältnis von 7 zu 1, was sich auch in der niedrigen Leistung widerspiegelt, denn aus 172 cm³ holt das CZ-Fabrikat halt nur ungefähr 9 PS raus. Das waren jetzt erstmal alle wichtigen Details von der CZ. Kommen wir nun zur MZ nochmal genauer drauf zu sprechen. Bei MZ schaffen wir eine Leistung von 10 PS bei 143 cm³ Hubraum, denn dieser Motor hat ein Verdichtungsverhältnis von 10 zu 1. Außerdem haben wir hier eine Bohrung von 56 mm und einen Hub von 58 mm und durch diesen relativ geringen Differenzbetrag des Bohrung-Hub-Verhältnisses ist dieser Motor deutlich drehfreudiger als im Vergleich zur CZ. Die Spitzengeschwindigkeit mit diesem Motor liegt genauso wie bei der CZ bei ungefähr 90 km pro Stunde. Bei der MZ haben wir hier identisch zur CZ auch ein Vierganggetriebe verbaut und das ist von der Schaltung her ganz normal, so wie man es eigentlich kennt. Erster Gang nach unten und der zweite, dritte, vierte Gang dann jeweils nach oben geschaltet. Was für die meisten natürlich auch ein wichtiges Kaufkriterium ist, ist der Sound. Beginnen wir erstmal mit der CZ bzw. Java 175. Um diese Maschine anzubekommen, müssen wir erstmal die Zündung einschalten. Dann den Benzinhahn aufmachen und was wichtig ist bei dem Modell, der Schalthebel fungiert auch als Kickstarter, indem wir den hier einmal reinschrücken und dann nach oben ziehen. Im Vergleich dazu jetzt noch die MZ ES 150. Hierzu auch die Zündung an, den Schock betätigen, dann Benzinhahn an und den Kickstarter betätigen. Man merkt, finde ich, deutlich, dass die ES 150 nicht ganz so kernig klingt wie die CZ 175. Das liegt natürlich unter anderem an dem geringeren Hubraum, aber halt natürlich auch an dem Auspuff, der bei den jeweiligen Modellen verbaut ist. Und nun möchte ich meine Probefahrt mit der MZ ES 150 beginnen. Das ist die MZ oder nicht in der Rocky IV von Nationalpark. Es ist die MZ-R-Z-Z. Wie kann die MZ-R der MZ-R-Z? Wie kann die MZ-R-Z. Wie kann die MZ-R-Z ergiehen? Die MZ-R-Z-Z. Und das ist die MZ-R-Z-Z. Wie kann die MZ-R-Z. Wie kann die MZ-R-Z-Z. Wie kann das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!